Hallo, wir sind hier in Lugau zur OpenDM, zweite Runde dieses Jahr. Mein Wochenende war ganz okay, bin im Zeitraining leider einmal heftig zu Boden gegangen, habe mir dabei an der Schulter wieder wehgetan und hatte etwas zu kämpfen heute mit der Schulter. Von daher bin ich sehr zufrieden, im ersten Lauf hatte ich einen sehr schlechten Start, bin aber dann recht gut nach vorne gekommen, bin dritter geworden, hatte leider nach vorne hin zu viel Rückstand gehabt. Der zweiten Lauf war Start wieder nicht so berauschend, war deutlich besser und konnte mich dann kurz vor Ende an die Spitze setzen, das Rennen gewinnen und Gesamtheit auch für mich entscheiden. Ich bin zufrieden, Meisterschaftspunkte weiter ausgebaut, was will man mehr? Mein Wochenende, es war ganz gut, anfänglich ein bisschen Probleme gehabt und vor allem nur Platz 14. Wir haben dann noch ein bisschen am Fahrwerk gearbeitet und für die Rennen lief es dann echt gut. Zweimal gut gestartet, der erste Lauf 4, der zweite Lauf 5. So bin ich erstmal zufrieden. Alles in allem war es ganz in Ordnung, hätten wir ein bisschen mehr erhofft. Im ersten Lauf hat man ein kleines Problem mit dem Motorrad. Gott sei Dank gehalten, hat den Stein im Kühler drin. Zweiter Lauf vom Ergebnis her besser, aber vom Fahren her war ich nicht so richtig zufrieden. Es ist auf jeden Fall ausbaufähig und mal gucken, was wir draus machen. , was wir draus machen mit dem Motorrad. Vielen Dank.